Krebs Gary Allen schrieb in die Akte Rockefeller Gary Allen schrieb in die Akte Also Früchte, Gemüse, alkalisiertes Wasser und so weiter Das Einschränken von saurem Essen Wie Fleisch, Eier, Milchprodukte, Nüsse Und der Hebung des pH-Werts des Körpers über 7 Kann der Krebs also nicht eintreten Und bestehender Krebs kann sich nicht ausbreiten Unnötig zu erwähnen, dass das meiste Essen im Supermarktregal Bekannte krebserregende Stoffe und eine Fülle anderer Für den Körper und Geist schädlicher Stoffe enthalten Und dies vorsätzlich Heutzutage ist es wichtig, darauf zu achten Welches Essen, Getränke und Medikamente du in deinen Körper lässt Es gibt einen gezielten Plan Dich krank, unfruchtbar und rund um die Uhr unter Medikamenten zu halten Dazu Dr. Len Horowitz auf einer Lesung zu DNA Pirates of the Sacred Spiral Alles wird unter Verschluss gehalten Der Giftgehalt der Arzneimittel Du erfährst nicht die Wahrheit über Impfungen und über viele Medikamente Die pharmazeutische Industrie, bei der ich es vorziehe, sie das militärisch-medizinisch-petrochemisch-pharmazeutische Kartell zu nennen Übt die wesentliche Kontrolle über die Mainstream-Medien aus Hat so die Kontrolle über die Gedankenwelt der Masse Und als eine Folge dieser Macht, welche sie geltend macht Werden die Leute nicht tatsächlich informiert, welche bewussten Entscheidungen sie treffen sollen Sondern erhalten stattdessen Propaganda Und als eine Folge davon sind ihre Entscheidungen ein Genozid Und ich sage den Begriff Genozid in einer strengen Auslegung Das massenhafte Töten von Menschen aus wirtschaftlichen, politischen und oder ideologischen Gründen Und diese pharmazeutische Industrie ist im Verborgenen mit jenen Leuten verknüpft Deren Anliegen es ist, die Bevölkerung zu kontrollieren Sie veröffentlichten sogar ihre Absichten Zitat Ende Es gibt eine organisierte freimaurerische Medizin-Versicherungs-Mafia Welche Todesangst verbreitet Dich verdummt Die all dein Geld nimmt Und dich langsam umbringend Durch die Macht über die Medien und das Bildungssystem Wird den Menschen in den Industrienationen erzählt Dass Medikamente, Operationen, Impfungen, Chemo-Behandlungen und Bestrahlungen Die einzigen medizinischen Möglichkeiten wären Die es für die Menschen gibt, wenn sie krank sind Pillen behandeln jedoch lediglich Symptome Während sie die Leber überlasten und mehr Probleme Verharmlosend als Nebenwirkung bekannt Schaffen Operationen sind gefährlich Komplikationen sind üblich Und das Autoimmunsystem des Körpers leidet immer beträchtlich Wenn man aufgeschnitten und zusammengenäht wird Impfstoffe sind voll mit Quecksilber, Formaldehyd Und anderen hochgiftigen Konservierungsstoffen Bestrahlung verändert und tötet Zellen Und bringt oft den Patienten um Und die Chemo, auch bekannt als giftige Chemikalien Die dein Haar ausfallen lassen Ist nicht die beste Alternative Das Verrückteste ist Wenn ihre barbarischen Methoden bei dem Versuch Irgendetwas zu heilen scheitern Eröffnen die Mediziner einem mit ernstem Gesicht Es tut mir leid, es gibt nichts mehr Was ich für sie tun kann Und geben dem Patienten das Todesurteil Nochmal Dr. Len Horowitz Der Impfbetrug In der Radiosendung Coast2Coast EM In medizinischen Hochschulen Zahnmedizinischen Hochschulen Und diesen anderen beruflichen Ausbildungsorganisationen Und Einrichtungen Findet ein Schikane statt Es ist eine Umerziehung der schlimmsten Sorte Diese Assistenzärzte werden drei Nächte in Folge wachgehalten Was kann man in einer solch belastenden Lage tun? Was man tun kann, ist, viele Fehler zu machen Und empfänglich zu sein für Bewusstseinskontrolle Regelrechte Hypnose Man besteht mit keinerlei Aufklärung über Ernährung Man besteht mit keinerlei Wissen Über ganzheitliche und natürliche Heilung Und man ist letztendlich ein gedankenmanipulierter Sklave Der pharmazeutischen Industrie Und in dieser Lage ist alles, was man tun kann Einfach das gängige Konzept anzuwenden Dass Heilung aus chemischen Behandlungsmethoden Und der Verabreichung von Giften besteht Es gibt überhaupt keinen Platz Für das ganzheitliche Konzept von Bewusstsein, Körper und Geist Es gibt gar keinen Platz Für das Konzept der gesundheitlichen Bildung Verhaltensumstellung Veränderung der Lebensweise Und der Risikoverminderung Man schließt nun die medizinische Ausbildung ab Nimmt eine ärztliche Tätigkeit auf Man hat rund 250.000 bis 500.000 US-Dollar Rechnungen Und Darlehen am Hals Man hat keine Zeit für die Menschen Alles, was man hat, ist ein Verschreibungsblock Und eine Ausbildung, welche auf dem ganzen Schwindel beruht Zitat Ende John Rappaport schrieb in Aids GmbH Skandal des Jahrhunderts Zitat Lasst mich ein weiteres Beispiel einer erfundenen Krankheit nennen Hepatitis Es ist wahr In Wirklichkeit leiden die Menschen unter Lebertoxizität Das ist es, was Hepatitis tatsächlich ist Die Keime, die angeblich Hepatitis verursachen Sind wirklich nur unwichtige Anhängsel Wenn überhaupt Es gibt hunderte von Ursachen Warum ein Mensch eine überlastete und vergiftete Leber haben kann Wie Drogen aller Art Einschließlich Medikamente Verunreinigte Wasserversorgung Einatmung von Uran, Staub und so weiter Wir hören doch tatsächlich etwas über Uranbedingte Hepatitis Ein begrifflicher Widerspruch Sondergleichen Wenn Uran dazu beiträgt, dass die Leber versagt Dann liegt es daran Und das Wort Hepatitis trifft überhaupt nicht zu Wenn dir jemand einen großen Hammer auf den Kopf schlägt Und du bleibende Schäden für den Rest deines Lebens hast Ist das dann Alzheimer? Zitat Ende Benjamin Rush, das war George Washingtons Leibarzt Und ein Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung Schrieb folgendes Falls wir nicht die medizinische Freiheit in der Verfassung unterbringen Wird es eine Zeit geben, in der sich Medizin in eine verdeckte Diktatur verwandeln wird Die Kunst des Heilens auf eine Klasse von Menschen zu begrenzen Und der anderen gleiche Rechte zu verweigern Wird einen Kerker der medizinischen Wissenschaft erzeugen All diese Gesetze sind unamerikanisch und willkürlich Und haben in einer Republik keinen Platz Die Verfassung der Vereinigten Staaten sollte ein besonderes Recht auf medizinische Freiheit Wie auch auf religiöse Freiheit beinhalten Zitat Ende Kevin Trudeaus Buch Naturheilmittel, von denen du nichts wissen sollst Ist ein empfehlenswertes Werk Trudeau ist ein gelernter Journalist und sammelt medizinische Berichte, Fakten und Angaben Und veröffentlicht die preiswerten, wirksamen Naturheilmittel Die von Kräuterärzten im fernen Osten und im Altertum verwendet wurden Er zeigt auf, wie pharmazeutische Unternehmen Im wahrsten Sinne des Wortes Sekrete von afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Stammesvölkern stehlen Aus Pflanzen die Chemikalien herausziehen Dann die Pillen patentieren Und den Preis um 4000% erhöhen Während wiederum im selben Gebiet alternative Heilmethoden verhindert werden Thomas Jefferson, dritter amerikanischer Präsident, sagte Das Rockefeller Institut für medizinische Forschung wurde 1902 in New York gegründet Und hat bis 1928 65 Millionen US-Dollar an Stiftungsgeldern von John D. Rockefeller erhalten Das sind viele Millionen Dollar mehr, als die US-Regierung für die medizinische Forschung bereitgestellt hat Dieser Trend der privaten Finanzierung hält bis zum heutigen Tag an David Icke schrieb in Die geheime Geschichte von Amerika Tut die Rockefeller kontrollierte amerikanische medizinische Vereinigung AMA Alles was sie kann, um sicherzustellen, dass Ärzte die Wahrheit über das Thema Gesundheit wissen Und um die größtmögliche Sicherheit des Patienten zu gewährleisten, nein Lasst uns einmal diese Tatsachen betrachten Kräuter gab es schon immer Sie wachsen in der Natur und wurden seit Jahrhunderten für die Heilung verwendet Medikamente sind künstlich hergestellte Chemikalien Zu stark überhöhten Preisen verkauft von den großen Pharmaunternehmen Ärzte erhalten in ihren insgesamt 4-6 Jahren Ausbildung Weniger als 3 Stunden Anleitung hinsichtlich Ernährung, richtiges Essen und Vorsorgemedizin Louis Pasteur sagte kurz vor seinem Tod, dass er mit seiner Keimtheorie möglicherweise falsch lag Er tat kund, dass Keime und Viren die Folge der Krankheit sein könnten, anstatt deren Ursache Dies könnte dadurch erklärt werden, dass der Körper aufgrund von giftigen Ansammlungen überlastet ist Dann zwangsläufig Bakterien und Viren auftreten, um die Gifte zu reinigen Einen Überfluss von diesen im System schaffend Und ein stark toxisches Abfallnebenprodukt hinterlassend Bei dessen Ausscheidung der Körper dann Schwierigkeiten hat Daher ist das Auftreten des Virus oder eine erhöhte Bakterienzahlen Eine Folge der Krankheit und nicht die Ursache Einige sehr wichtige Dinge, welche einem bei der Erörterung dieser Möglichkeit klar sein sollten, sind Erstens, ein Mensch braucht nicht mit einem anderen Kontakt zu haben, um eine Erkältung zu kriegen Menschen in kleinen Gemeinschaften mit keinem Kontakt zur Außenwelt können Erkältungen und Krankheiten kriegen Gesunde Menschen können sexuellen Kontakt und Austausch von Körperflüssigkeiten mit HIV-positiven Menschen haben und nicht infiziert werden Diese Tatsachen betrachtend wird die Keimtheorie der Erkrankung weiter entkräftet Das meiste der medizinischen Verschwörung würde Wenn du den Rahmen dieses Buches sprengen, solltest du jedoch bei deinen eigenen Nachforschungen nicht außen vor bleiben Um informiert zu sein und für deine eigene Sicherheit und Gesundheit, suche bitte im Internet oder woanders nach folgenden Punkten Chemtrails, Vergiftung durch Aspartam, Methoden der Bewusstseinskontrolle, HAARP, MK-Ultra, Monarch, Montauk, Sterilisationsprogramme, AIDS existiert nicht, Ebola gibt es nicht, SARS, Antrax und Autismus, Monsanto, gentechnisch veränderte Organismen, Glutamat und Terminator-Technologie Wir sehen uns beim nächsten Mal